50 Fragen zu Serien, vorbereitet von Lucy mit allen aus dem P&P-Smiet, let's go. Frage 1. Was? Ja. Was ist hier los, Anni? Guten Morgen, Anni. Hallo. Bist du dir das Gesicht schon? Ich wollte The Mentalist sagen. Das ist ein bisschen länger heute. Der heißt so nicht. Ach so, okay. Dann Lost. Wir spielen 50 Fragen zu Serien. Das Ganze wurde vorbereitet von Lucy. Es geht um, ja, ich sag mal Fernsehserien, ne? Also, oder Fernsehserien ist ja noch schlimmer. Ja, also Serien, die ihr euch angucken könnt. Jetzt nicht irgendwelche Filmserien oder Spielserien. Machen wir uns wieder über Supernatural lustig? Hä? Wenn wir nicht wissen, worum es geht, dann ist es Supernatural. Pass auf, Peter, ich geb dir das jetzt schon. Der eine heißt Dean Winchester. Au. Und der andere muss komischerweise auch Winchester heißen. Weil die Brüder sind. Aber ich hab den Vornamen vergeben. Robert heißt er. Vielleicht heißt er auch Revolver oder Colt. Revolver Winchester. Oh, Alter. Wie heißt denn der andere? Nee, das schlechte Witz ist der Hashtag 2. Der eine heißt bestimmt Dean und der andere Sam. Okay. Ja, also, ne? Vielleicht braucht ihr das ja. Ich sag euch immer dazu, um welche Serie es geht. Und wir starten mit Frage Nummer 1. Und zwar mit How I Met Your Mother. Aber ich dachte schon, wir sollen die Serien erraten. Ich dachte auch. Jetzt geht's um Deep Knowledge. Es geht um Sachen aus der Serie. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass ich gar nicht... Okay. Jetzt kann ich ja nur reingucken. Also, How I Met Your Mother. An was erinnert Ted? Das blaue Horn, das ersch... Christian. Äh, das ist doch an den Abend, wo die da essen waren und das blaue Horn in dem Restaurant hing. Das ist nicht gesucht. Bram. Ja, aber das erinnert ihn ja nicht daran, dass das da hing, sondern er erinnert ihn immer, wenn das wieder an einen Schlumpfpimmel. Ja, genau, an einen Schlumpfpimmel. Smurf-Penis! Ja. Boah, ich glaub, ich werd hier mit einem Punkt rausgehen. Ja, schauen wir mal weiter. Also, es gibt ganz, ganz viele Serien. Ich glaube, wenige Serien kommen doppelt vor. Also... Geil, hab ich How I Met Your Mother? Hab ich so kompletten. Das hat es belastend. Frage 2. Guck, ich fangst noch How I Met Your Mother, würde ich mit Pilla machen. Oh. Ah, könnt ihr gerne mal vorbereiten. Wir gehen jetzt aber zu Black Mirror. In Folge 1 der ersten Staffel wird vom Premierminister verlangt, dass er etwas... Peter. Ein Schwein fickt. Ja. Ist das richtig? Ich weiß nicht. Bitz und Fass. Ja. Okay, cool. Ja, Black Mirror ist Dark. Das ist eine Dark-e Serie. Nee, Dark ist eine andere Serie, Peter. Das ist ja mal ein Dark, wenn der ein Schwein ficken soll. Boah, das war ein richtig guter Witz sogar. Der war richtig gut. Wird alles schmerzhaft. Wir gehen zu Loki. Oh, da, Hända die Buzzer. An welchem Ort landet Loki nach dem... Christian. Valhalla. Nein. TVA. Was ist das denn? So diese Androide aus Star Wars. TVA? Wofür steht ihr das? TVA ist da die Einrichtung, wo der landet. Ach so, ist das so eine Lande Institution oder so? Time... Time Variance... Variance... Äh, Agency. Äh, gib mir kurz... Ja, scheint wohl da nicht zu stehen, ne? Schade. Das ist 90% der Serie. Undi, jetzt gib mir mal einen Punkt, jetzt gönnen wir auch mal. Ja, das muss der Halt. Ja, das sehe ich auch so. Wenn ich das so nachgucke, ist das falsch. Ich würde die Frage gerne erstmal hören. An welchem Ort landet Loki, nachdem er mithilfe des Tesserakts entkommen konnte? Oh. In der Wüste. Ja, genau. Gobi. Das ist die TVA. Warte mal. Gobi? Okay. Da steht Wüste Gobi. Ja, ich habe nachgeguckt, ob die TVA in der Wüste Gobi ist. Mega neil, Sandi! Nein, die TVA ist nicht in der Wüste Gobi. Ja, was weiß ich? Awesome. Ja, die Serie habe ich nicht geguckt. Ey, beste Serie. Du hast die Serie nicht geguckt. So den Filmen, die du auch nicht gesehen hast? Mein Gott. Was? Die Filme habe ich ja gesehen. Sehr kass. Nicht gut. Dann guckst du nicht die Serie in. Nee, das ist zu viel. Ich habe so viel Zeit, habe ich nicht. Arbeite ja bei Pizeme. Frage 4. Wir gehen zu Arkane. True. In welchem fiktiven Stadtstaat spielt die Serie? Oh, shit. Scheiße. Weil der Name kommt häufig vor in der Serie. Vielleicht Arkane? Nee. Berlin. Ist es Damatia? Nein. Ich weiß es nicht. Scheiße, wie heißt denn die Stadt? Du meinst Damatia. Ist das der Teil, der eine Unterstadt hat und auch eine Oberstadt? Oder geht er um eine von den beiden? Ob du das weißt? Ich habe die Serie gesehen. Ich habe die Serie gesehen. Die Serie war gut. Die Oberstadt. Ah, es geht um die Oberstadt. Hast du gefeiert, als Yumi eher Debüt hatte? Yumi kommt nicht vor, das ist das Schlimmste an der Serie. Aber Staffel 2, Peter, gibt neue viele Charaktere, die released werden. Dann ist Yumi der Main-Charakter dann. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe es. Piltover oder Piltover. Jo, das habe ich schon mal gehört. Frage 5. Wir gehen zur Serie. Jetzt zur Serie, ne? Sherlock. Nicht zu den Filmen. Und es ist eine ABCD-Frage. Aber ihr dürft erst buzzern. Christian. Das muss ich jetzt leider falsch werden. Moment, das ist B falsch. Also entweder gebt ihr mir die Antwort direkt oder ihr tippt einen Buchstaben ein. Aber wenn ihr mir einen Buchstaben sagt, ohne es vorgehört zu haben, dann werde ich das als falsch. Ist ja auch falsch. Also die Serie Sherlock. Welches Wort wurde in der ersten Folge der ersten Staffel vom Opfer in den Holzboden geritzt? Brammen. Pink. Nein. Brammen. Gepäck. Nein. Päck ist gut. Koffer. Koffer. Doch, Koffer ist gut. Tasche. Irgendwie sowas ist das. Ja, safe. Das ist doch hier, wo der dann so findet. Die liegt da auf dem Boden und da treffen sich Watson. Watson kommt nach und dann, ja, da ist die Frau in pink oder so heißt die erste Folge. Ja, genau. Dann gebe ich euch Antwortmöglichkeiten. Hoffentlich ist es rosa. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich gebe euch A. Hat sie in den Boden geritzt? Liar. Also L-I-A-R. Ach komm, das ist doch jetzt gemein. Als wenn das dein Englisch steht. Oder B steht da Koffer. Oder C steht da Rache. Oder D steht da Help. H-E-L-P. Also Koffer ist ja jetzt erstmal schon mal raus. Koffer ist richtig, würde auf Koffer gehen. Liar, Koffer, Rache, Help. Moment, Koffer hat Bram ja schon gesagt, aber das ist das Einzige, was nahe ist zu dem, was Bram auch gesagt hat. Hat der Koffer gesagt? Ja. Nee, Peter. Er hat den Koffer gesagt, Peter. Okay, die hat den Koffer gesagt. Er hat die Lacken. Liar. Liar, Koffer. Wie kommt man eigentlich von Liar zu Koffer? Wieso ist das einmal Englisch und einmal Deutsch? Was ist das für ein Quack? Liar, Koffer, Rache, Help. Ach ja, stimmt. Das ist eine gute Sache. Also wieso sind zwei Sachen Deutsch und zwei Sachen Englisch? Aber sie ritzt es im Boden. Das heißt, da kann ja da nicht Koffer stehen, oder? Ja, sie schreibt, sie schreibt es mit ihrem Blut, mit den Nägeln, meine ich. Ja, aber es ist ja eine englische Serie. Da wird er da, einfach in weiß, in der Unterschrift, wird dann da, da ja, keine Ahnung, Lügner stehen. Ja, richtig. Ein Liar. Oder Hilfe. Die machen dann ja keinen, nicht Koffer. Alter, schreib erstmal Koffer dahin in deinen letzten Sekunden. Mach ich das wirklich mit Untertiteln, weil ansonsten hätte ich gedacht, wäre das logisch, sieh eigentlich Help, weil das geht ja für alle Sprachen. Ja, aber die werden ja für die deutsche Variante keine visuellen Effekte da reinmachen und dann hat die da was anderes reingerissen. Das ist recht, da habe ich mich falsch umentschieden. Stimmt, also... Moment, Help? Würde ja auch Hilfe drunter stehen. Ja. Meinst du echt, dass man für deutsche Leute Help übersetzt? Ja, klar. Ja. Okay, da heißt halt ein Koffer... Gut, es ist die Frage, ob dann, ob Leute, die nicht wissen, was Help heißt, dann auch die Serie verstehen können mit den manchen Sachen. Ach, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Hier, komm, das ist ja wichsiger Taxifahrer auf jeden Fall. Die teilweise so verwirrend ist. Gut. Hey, 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 nix, Brunner. Alle haben eingeloggt. Ähm, und tatsächlich sagen alle bis auf eine Person das Gleiche. Sepp sagt Help und alle anderen sagen Liar, also A. Und ihr liegt alle falsch. Koffer. Nein, auch das nicht. Es wurde Rache in den Boden geritzt, weil sie wollte eigentlich Rachel schreiben. Und das kam aber... Oh, das war's. Stimmt. Und dann sagt Sherlock, sie schreibt das deutsche Wort Rache in den Boden. Genau. Das sagt sie in der englischen Variante. Sagt er in der englischen Variante sogar noch. Das stimmt. Das ist bad. Das wird Rache for Revenge. Keine Ahnung, Herr. Ja. Gut. Dann haben wir doch die Version, die für die Sprachen stimmt. Ey. Frage 6. Wir gehen zur Serie Vikings. Wie ist der Name des erstgeborenen Sohns von Ragnar Lothbrok? Ja. Lothbrok. Christian. Björn. Ja. Sehr gut. Okay. Das heißt schmerzhaft, ey. Frage 7. Breaking Bad. Okay, komm, das kann ich auch wissen. Welches Tier jagen Walter und... Alter, das ist ein Flieger. Ja. Das ist die schlimmste Folge von allen. Die ist so schlecht, dass ich beim ersten Anlauf von Breaking Bad dort abgebrochen habe. Echt? Ja. Du bist aber relativ weit gekommen eigentlich. Ja. Ich hab's auch übrigens abgefeiert. Dann kriegt die Serie leider so einen Tiefflieger und dann kommt diese Flieger und dann stürzt einfach insane ab in einer Folge. Und dann war so, boah. Ich glaube, das steht hier jetzt nicht, aber ich meine, es war damals deswegen, weil es zu der Zeit, wo die die Folge gedreht haben, irgendwie gestreikt wurde. Ja, möglich. Und sie wollten unbedingt eine neue Folge drehen, aber konnten dann nicht. Und dann haben sie es möglichst mit kleinem Budget gemacht und haben dann halt die Folge gedreht. Ja, indem sie eine Fliege so getan haben, als wenn eine Fliege da die ganze Zeit rumeiert. 40 Minuten acht. Die war eine Sandy-Folge. Gut. Ein Kamerspiel. Ja, genau. Wir gehen zu Frage Nummer 8 zu Eine schrecklich nette Familie. Wie heißt denn die Lieblingsserie von Al Bundy? Ach, keine Ahnung. Ach, das weiß ich nicht. Eine Frau am Herd. Die Serie hat die Serie tatsächlich erfüllt. Ich finde es auch tatsächlich lustig, aber wie die Serie heißt, kann ich schon mal. Gibt es nirgendwo for free, ne? Wenn ihr sagt, Nee. Schade. Gibt es nicht. Ich kann dir sagen, der kauft sich eine Ferguson. Ist ja leider nicht gesucht. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe es. Psycho Dad. Klar. Passt. Frage 9. Wir gehen zu The Walking Dead. In welche Stadt reitet Rick zu Beginn der Serie, um seine Familie zu finden? Christian. Ist es Washington DC? Nein. Nee, da wollen die hin später. Yo. Alter. Um seine Familie zu finden. Da wollen die später hin. Was ist das denn nochmal? Ja, war das eine große Stadt? Bestimmt. Das wird nicht Criminal City sein. Das war nämlich bestimmt Detroit. Nein. Carmen? Seattle. Nein. Das wäre sehr weit. Ich wollte auch ganz so ein bisschen. Echt viel zu laufen. Ja, stimmt. Ja, jetzt passt auch viel Zeit. Muss ja New York sein. Das ist doch in der Nähe von Washington. Na, eigentlich schon. In der Nähe von Washington. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Stadt. Eine der größten Städte der USA. Atlanta. Sehr gut, richtig. Oh mein Gott. Ja, es ist Atlanta. Das ist aber auch nicht gerade nah. Alter, ihr habt eine Frage, richtig. Juhu. Nice, Jay. In Führung, Jay. Ja, aber ich nicht klicke. Frage 10. Wir gehen zu Grey's Anatomy. Oh, oh. Ramm, let's go. Komm, Ramm. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Jetzt die Frage, was die Frage ist. Jetzt kann ich euch sagen. Welchen Spitznamen? Nein. Bitte? Ich wollte auch drücken. Mac Dreamy. Du Wexer. Das ist nicht dein Ernst. Das ist aber falsch. Nein. Was? Ich wollte, dass die beiden, die hier so Profis immer ein bisschen Bedenkzeit haben. Okay, was gibt es denn noch außer Mac Dreamy? Falsch. Welchen Spitznamen hat Dr. Miranda Bailey zu Beginn? Ah, das ist der Nazi. Ja, selber. What? Ah, ja, stimmt. Ja, die ist der Nazi. Alter, ich war so safe, als du Spitznamen gesagt hast, dass Mac Dreamy richtig ist. Alter, das war das Einzige, was ich von dieser Serie weiß. Boah, ey. Hast du nicht gerade bei dem Nazi gesagt, ach ja, stimmt? Ja, ist, ja. Ja, ich hab gesagt. Dann wäre ich nicht selber drauf gekommen, aber so wird die am Anfang genannt, weil die ersten drei Staffeln die ersten drei Staffeln habe ich gesehen, Peter. Die waren insane. Das ist schon ungefähr 20 Jahre her. Ja, das kann sein. Also, im Serienquiz für Jay Ja, weil ich zwei richtige Antworten hatte bislang. Zwei richtige, null falsche, Jay. Also, bist richtiger Profi. Das Gefühl, dass mein Fall ist anders. Ja, Bram, du hast zwei richtig, aber sieben falsch. Das Problem ist, ich konnte, glaube ich, auch bislang wirklich auch nur zwei Fragen beantworten. Ja, aber die hast du genannt. Auch die Fliege wusste ich noch, die Fliege. Okay, ja. War ich zu langsam. Frage 11. Ich bin interessiert, wie es weitergeht. The Umbrella Academy. Okay, hab ich nicht gesehen. Dreh nicht. Dreh nicht raus. Dreh nicht raus. Nice, Bram. Cool schon. Genau wie Schauspieler Elliot Page hat auch sein Charakter Venja in der Serie ein Outing als Transperson. Wie lautet Venjas Name seit diesem Zeitpunkt? Ja. Kein Schimmer. Kannst du nur wissen, wann man gesehen hat. Ich hab die erste Folge gesehen, das war's. Wenn Alan zu Elliot wird, ja, dann wird Venja zu Ventus. Venius. Veni. Ventus Turin. Ja, Ventus Turin, genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung, gell. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Brammen. Van. Nein. Und die achte Folge. Van Solo. Ich schließe es. Viktor. Siehste? Da werden wir nicht drauf schauen. Ich bin schon nah dran mit dem V. Ja, es war klar. Ja, es ist halt irgendwo in die Richtung geht. Super, das ist klar. Das hätte ja auch ein Peter sein können. Wir kommen zu Frage 12 und das ist eine Frage, die ihr, glaube ich, alle beantworten könnt. Oh. Wir gehen zu King of Queens. Oh, da kann ich nicht. Das ist schwierig. Okay. Schwierig. Warum zieht Arthur zu Beginn der Serie bei Christus? Weil der mit dem Kocher, den er falsch benutzt, seine eigene Hütte abfackelt. Genau, richtig. Aber es ist wirklich lange her. Ja, schon sehr lange her. Aber es ist super Serie. Das ist wirklich geil. Das Geile ist, die Herdplatte bringt er mit. Ja, weil die überlebt halt, dann will er die wieder benutzen, weil die geht ja noch. Dann ist er die wieder. Die ersten Staffeln sind so gut einfach. Ja. Frage 13, Supernatural. Ja, Moin. Winchester. Das ist falsch. Es ist auch eine ABCD-Frage. Aber ihr dürft, ihr dürft aber auch vorher ein Art Wort abgeben. Im Jahr 2018 wurde eine Crossover-Folge zwischen Supernatural und Scooby-Doo gesendet. Welchen Namen hatte diese Folge? Winchester, du. Ah, Peter, nein. Super-Doo. Ja, das ist doch auf der Hand. Dann sag ich Super-Scooby-Doo. Nein. Scooby-Natural. Das ist richtig. Nein. Alter. Ich krieg zu viel. Das muss man doch wissen, ihr Pfeifen, ey. Easy Game. Wie ist die KD? Nochmal? Kannst du dir nochmal bitte sagen? Jetzt 3-0. Kannst du dir nochmal sagen? Fixer, der einfach nie drückt und nutzt dieser ist. Super, du, Alter. Wer sagt denn so ein Scheiß? Ey, ich hab auch schon ein paar falsch im Stil. Du fragst nur den P-Shot, dann weißt du dir das immer nicht. Ich kann es euch sagen, Peter hat 3-mal gedrückt, einmal davon richtig, 2-mal falsch. Genau wie Jay. Du drückst genauso selten. Ey, ich hab 2-mal falsch gesagt. Ja, das ist ja noch schlimmer. Ja, aber du drückst trotzdem genauso oft. Ja, aber nicht nur, wenn ich es 100% weiß. Ja, Peter, das soll wieder ein bisschen am Reinscheißen. Ey, ihr seid sonst immer schneller. Wir gehen zu Frage 14 und zur Serie Sex Education. Ja, die war gut. Hab ich jetzt vor kurzem das zu Ende geguckt. Oh, nee. Welches Problem hat Otis zu... Jay, er kann seinen Penis nicht anfassen. Ja. Also kann nicht wichsen, wie du möchtest. Also kann nicht wichsen, kann nicht seinen Penis anfassen. Das ist dasselbe. Jay, gönn mal eine Joke-Antwort. Das geht einher. Ja, seine Mutter ist Sexualtherapeutin und dadurch ist er gestört. Ja, das ist also wirklich Sex Education ist eine super Serie. Guck ich gerade. Es hilft. Es ist mega gut, die Serie. Finde ich auch, diese Problematiken, die da dargestellt werden, sind so weird. Gut, okay, aber ja, Jay, viel zur Frage, richtig beantwortet. Wir gehen zur Frage 15 und jetzt kommen wir zu The Witcher. Oh, da bin ich dabei. Ja, da bin ich auch dabei. Siri. Keine Ahnung. Durch was wurde Siri noch vor ihrer Geburt Gerald versprochen? Durch was? Peter. Durch ein Versprechen. Was? Ach so. Ach so. Das Versprechen wird versprochen. Das fand ich so klug von mir. Ja, so ein Schwur halt. Junge, wenn man so was andrückt, ne, und dann sich meckert, dass ich mir jetzt genau so häufig ist wie ich. Das wird die Antwort sein. eine sehr schwammige Frage. Nochmal wiederholen? Also, ich finde, das ist eine sehr schwammige Frage. Ja, finde ich nämlich auch. Das wiederholen wir bitte. Also, durch was wurde Siri noch vor ihrer Geburt Gerald versprochen? Durch was? Ja. Also, der Monsterjäger sollte was machen und dann hat er gesagt, ja, wie so Rumpelstilzchen, ja, aber dafür müsst ihr mir eure erste Tochter dafür versprechen und dann wurde ihr das geschworen und dann musste er die kriegen. Das kann ich so nicht gelten lassen. Ich möchte einen Namen davon haben. Also, im Hexer-Wiki, gibt es auch dazu einen Artikel, der genauso heißt wie die Antwort. Ari. Deswegen möchte ich das auch hören. Ari von der Tanke hieß der. Das ist ein Brauch. Der hat einen Namen. Deswegen Patrick ist der. Ein Brauch. Weihnachten. Wurde ihm durch Weihnachten versprochen. Wie war das denn? Peter, also selbst wenn ich bei 80% wäre, würde ich jetzt drücken, aber ich bin bei 2. Ich bin auch so eher bei 2. Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das Thierry ist. 5. Die Katze von Sven. 3, 2, 1. Und dann schließe ich diese Frage. Durch das Gesetz der Überraschung. Ja, das war das. Natürlich. Ach, Mann, da war ich mit Weihnachten sogar echt nicht so weit weg. Was? Das ist ein Brauch. Das ist der Preis, den ein Mann von jemandem anderen fordern kann, wenn er diesem das Leben gerettet hat. Ach so, nach dem Modus Überraschung, was du bekommst. Also, das hätte auch ein Hühnerei sein können, oder wie? Das weiß ich nicht. Das ist so nice. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Gucken wir mal, was du da bekommst. Das war dich so in meiner Hosentasche gerade, ja. Nee, so war das nicht. Das war irgendwie anders. Der Witcher durfte das, glaube ich, auch selber sagen. Der durfte das einfordern, meine ich. So grob kann ich mich da irgendwie dran erinnern, aber... Das heißt, er hat Ciri abgesnickt? Ja. Ja, irgendwie so. Boah, ist der von der Wichser, Alter. Der reißt ja einfach seiner Familie und so. Ja, er kann halt auch eine Art von Wichser sein, ja. Aber die Familie hat auch gesagt, jo. Vor Gott sei Dank sind die alle verreckt. Ja, das stimmt. Also, ist Ciri nicht die Tochter von dem König? Ja, Spoiler halt, die ganze Serie. Moment, was? Alter, das ist Witcher 3 einfach instant. Und die erste Szene. Das stimmt. Ja, trotzdem die halbe Serie gespoilert. Wir gehen mal schnell zur Frage 16. Das ist halt auch ein Serienquiz, da muss man mit Spoilern rechnen. Ja, das ist logisch, dass das hier eigentlich passiert. Wir gehen zu Der Prinz von Bel-Air. Und jetzt... Boah, Alter. Jetzt genau zuhören. Ja, ich höre ganz genau zu. Will Smith wird bekanntlich von Will Smith gespielt. Aber für welchen Vornamen steht denn Will beim Schauspieler und für welchen Vornamen bei der Serienfigur? Ach du Scheiße. Du willst beides wissen. Erstmal will ich beides wissen. Braum. Ja, und das ist die Trickfrage, weil der heißt nämlich Will Smith und der wird auch von Will Smith gespielt. Also heißen die beide William. Das ist falsch. Was? Das war Nummer 9. Also, das ist natürlich beim Schauspieler William und bei dem Dude, ähm... Willi. Nee, ich habe alles gesagt. Willi, Will's, Will's. Willow, Willow. Weil der so low ist. William und Willsten. Nein. Willsten? Willsten heute treffen. Aber Winston ist gut. Hast du schon William und Will gesagt? Ist dir das egal, welche Reihenfolge das ist? Also musst du das jetzt gelegt haben? Ja, das ist mir jetzt aktuell auf jeden Fall egal. Also, war dir das auch gerade egal bei den Aktenordnungen? Dann gib mir vielleicht falsch, aber ich glaube, in echt heißt der wirklich nur Will und in der Serie heißt der William. Nee. Peter? William und Winston. Nein. Ja, aber Winston schreibt man doch mit V. Also, ich kann... Ich stelle euch jetzt so viel, die Figur in der Serie heißt William Smith, aber der Schauspieler heißt eben nicht Will Smith, sondern ist ein Abkürzung. Ach, der hat sich wieder umbenannt, weil er so ein... Achso, eine Abkürzung. Also, ein Spitzname. Wie heißt denn Will Smith? Er ist ein Spitzname und der heißt in Wahrheit halt Peter? Oder ist das... Nee, das ist so wie... Das war nicht cool genug und deswegen musste er sich umbenennen, oder wie? Das ist so wie, warum die Firma nicht Walter Disney heißt, sondern Walt Disney. Ah. Der heißt gar nicht Walt. Ich glaube, der ist Walter. Ich dachte, der heißt Walt. Naja, dann sage ich natürlich William und Willie. Das hatten wir nämlich noch nicht. Nein. Schaut einfach Willie. Das wäre ein Abkürzung. Fünf, vier, drei, zwei, eins und dann schließe ich das. Der Schauspieler heißt Willard Smith. Willard. Willard. Ich habe nie gehört, dass man einen Willard nennt. Ey, so ein Name ist mir auch gänzlich unkürt. Ich war jetzt eine richtige Punkte-Runde für dich. Ey, tut mir leid. Ich wusste es nicht, dann drücke ich dich. Wir gehen zur Frage 17. Bei Scooby Natural wusste ich das natürlich. Klar. Die Serie heißt Lucifer oder Lucifer. Oh Mann. Oh Gott. Wenig. Wie heißt der Nachtclub in L.A. den Lucifer mithilfe der dämonischen Barkeeperin Mesikin? Ich habe eine Frage. Ja. Christian. Okay. Und antwortet erst. Für die Twister. Nein. Ja, aber ich habe wirklich mal. Ist Lucifer nicht die Serie, wo er irgendwie bei der Polizei ist? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Das ist nicht. Das ist, wo der selber der Killer ist bei der Polizeiarbeit, meinst du? Exter. Ja, das ist der Exter. Nee, nee, nee. Ich meine, bei Lucifer, der arbeitet doch auch bei so einer Polizei, oder? Kenne ich nicht. Eine Folge oder so habe ich noch gesehen. Da ist er auf jeden Fall in so einem Labor und da kommt Gott auch vorbei. Dann löst sich da so einen Kriminalfall. Keine Ahnung. Kenne ich dir das nicht behandeln. Kenne ich auch nicht. Okay. Fühle ich. Eins, ich schließe es, Lux. L-U-X. Okay. Licht. Kann man ja wissen, ne? Hätte ja auch alles sein können. Warte kurz. Muss eben an die Tür. Okay. Tschüss, Peter. So, Peter ist wieder da. Wir gehen zu Frage Nummer 18 und zur Serie Stranger Things. Boah, geil. Da kann ich mich aus. Kann man wissen. In welcher fiktiven Kleinstadt spielt die Handlung? Scheiße. Oh nein, das ist doch jede Staffel auch noch die gleiche Stadt. Ja. Marjomein. Das ist das einzige, was mich immer aufgeregt hat an dieser Serie. Ja, aber die Stadt. Nee, in der letzten Staffel war das sehr, sehr häufig. Die Stadt wird sehr, sehr häufig genannt. Ja, deswegen war das auch mal ganz schön, dass die den Ort gewechselt haben, aber irgendwie. Natürlich wird das häufig genannt. Ja, das macht halt die Serie schlechter, dass das immer in derselben Stadt ist. Ich fand das toll, dass das in Russland war. Also quasi dann, ja deswegen, ich habe ja gesagt, die letzte Staffel war da ja nicht, aber vorher war da irgendwann, brauchst du mal einen Tapetenwechsel. Ja, da kennst du wirklich jedes Gebäude in der Stadt. Also hier ist auch noch so kleine Pistole. Ja, das ist die Kleinstadt. Hawking. Hawking. Nee. Ich weiß es. Nee, Hawking ist falsch. Hawkins? Da kriegst du ja schon, dass du es falsch gesagt hast. Loll. Hawkins dann. Ja, Hawkins. Ja, war zweimal durch. Hawkins mit S. Fuck. Wir gehen zu Frage 19. Alle unter einem Dach. Ah, der ist so Peter-Serie. Das ist lange, lange her. Was ist das überhaupt? Das ist meine erste falsche Frage. Das ist die mit Steve Urkel. Ist das die mit den Zwillingen? Nee, das ist die mit Steve Urkel. Bitte lass Steve Urkel die richtige Antwort sein. Welche Frage stellt Steve Urkel auf heilig wie Urkel, wenn er etwas Dummes getan hat? Ja. Was war das denn? Warum habe ich so eine komische Brille an? Warum? It was me. Das ist eine Aussage und keine Frage. Ja, es ist falsch. Er ist falsch. Oh, guck mal nah dran. Er war es falsch. Hawkins war auch nah dran. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Alles ist in Ordnung. Das wird doch sofort falsch angeklärt. Außer es ist doch noch richtig. Nee, ich glaube es... Was it me? War ich das? Er ist falsch. Ja, wir müssen da jetzt auch aus der Linie treu bleiben, ne? Das ist ein Partieträger, J-Dig mit am Start. J-Dig weiß es wirklich auch selber gar nicht, aber wir wussten nicht, dass die anderen Punkte bekommen. Ähm, hm. Nee, da muss ich jetzt auch streng sein. Ja, finde ich auch. War ich das etwa? Ja, genau. War ich das etwa? Did I do that auf Englisch? Das ist okay. So ist das genaue Wording. Schon was anderes. Da ist schon was anderes, ja. Bedeutung war es extrem nah dran, aber ja. Du musst ja irgendwie den Vorsprung verteidigen. Ja, das ist so. Wir gehen zu Suits. Äh, großartig. Prinz Harry. Die haben tausend Namen gehabt. Wie heißt die Kanzlei in der... Sepp. Ähm. Zu welchem Zeitpunkt? Ja, das ist die Frage. Äh, äh, Luther lit. Ach, fuck. Äh. Ja, nee, mach frei. Okay, Pearson Specter lit. Ja. Ja. Nein. Pearson Specter. Nein. Nein. Bram. Scheiße. Ähm, Wakanda. Was? Da kommen öfter mal Namen. Das ist... Also vielleicht ist Pearson nur. Nee, einer war nicht. Wie hieß denn der andere? Nee, wie hieß denn der Erste? Wie heißt die Kanzlei in der Mike Ross zu Beginn der Serie? Genau. Am Anfang ist doch Pearson... Specter ist doch am Anfang noch nicht. Nee. Genau, wie heißt denn der? Der heißt... Genau der andere. Ja, genau hier. Da, boah. So, jetzt haben wir Jessica Pearson... Also Pearson Hartman. Daniel Hartman heißt der andere. Ja. Sehr gut. Hartman hieß der Pfarrer. Daniel, Daniel, whatever. Sehr gut. Großartige Serie. Zusammen habt das hinbekommen. Die wurde aber schon deutlich schlechter, leider. Die wurde wirklich irgendwann, als es nur noch um diese ganzen Beziehungsscheiße ging, also nicht mehr Fälle, sondern genau um diesen ganzen Beziehungskram ging, die hat die echt abgebaut. Frage 21. Ist das nicht die... Du musst mich beschützen. Moment, ist das die Serie von Meghan Markle? Ja. Ja, guck mal. Das weiß ich sogar. Frage 21. Nee, mein Vater ist da kurz ab. Ich bin da drauf gekommen, weil ich gerade mit Harry zu Beginn gesagt habe, oder? Was? Was hast du, Jay? Nee, alles gut. Nee, mach. Hört dir einfach nicht zu, Jay. Ich merke das schon. Ich höre Jay auch nicht zugehört. Ist okay. Ist doch besser so. Was hat der denn gesagt? Sag ich nicht. Dann scheint es ja nicht relevant zu sein. Doch, das war relevant. Okay, Frage 21. Wir gehen zu Game of Thrones. Wie stirbt Eddard Nett Star? Rahmen. Er wird geköpft. Ja. Ja. Genau. Scheiße, ich dachte jetzt, der White Walker. Frage 22, Blacklist. Was? Von welchem Schauspieler wird die Rolle des Raymond Reddington verkörpert? Ja, das weiß ich nicht. Das ist eine geile Serie. Ist das nicht Splinter Cell? Ja, das gibt es auch. Hört. Ah, nee. Der Black Flag. Benedict Cumberbatch. Der Black Flag ist Assassin's Creed. Splinter Cell, Blacklist, gibt es auch. Stimmt, Splinter Cell, Blacklist hieß das wirklich, ja. Von der Serie noch nie gehört. Entschuldigung. Kenn ich. Ist cool. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe es. James Spader. Ah, der. Dark Raider. Ja. Obi-Wan Orbit. Obi-Wan Orbi. Obi-Wan Orbit. Frage 23. Ist jetzt mal wieder eine Schätzfrage. Ihr dürft also eintippen. Geil. Geil zur Serie Snowpiercer. Geil zur Serie Snowpiercer. Okay. Schneestecher. What? Ich kenne nur den Film. Die Serie. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, das ist einer der wenigen Filme, die ich abgebrochen habe. Keine Ahnung. Die Serie ist bestimmt besser. So gruselig. Ist jetzt nicht der absolute Qualitätsfilm, aber so unfassbar kacke war der auch nicht. Okay. Aber es geht um die Serie und ihr tippt bitte ein. Wie viele Tage braucht der Snowpiercer? Ein 1001 Waggon langer Zug, um einmal seine weltumspannende Strecke zu fahren. Ist das der, der so Tribute von Panem-mäßig mit verschiedenen, vorne sitzen die Reichen, hinten sitzen die Arme im Zug? War das, oder? Ja, so ein bisschen. 1001 Waggon? Dann musste der sich da durchkämpfen in dem Film zumindest. Ist der insane? Der Zug sprengt oder so am Ende? Ich weiß es nicht mehr. What? Die können nur in dem Zug leben, weil die ganze Welt vereist ist. Die Frage ist, ich hätte jetzt nochmal eine wichtige Frage tatsächlich dazu. Wird der Zug von der Deutschen Bahn betrieben oder von einem anderen Unternehmen? Es ist ein anderes Unternehmen, aber er fährt auf dem Zug Gleismaterial der Deutschen Bahn. Also wie viele Tage, willst du wissen, braucht dieser Zug einmal um die Welt? Okay, jetzt habe ich mal eine Frage. Welche Gewerkschaft haben die GLS oder die andere? Aber pass auf wirklich eine Frage. Fahren die denn wirklich die Strecke um die Welt? Wirklich eine Frage. Oder ist die Welt im Endeffekt dadurch, dass die nicht mehr befahrbar ist, kleiner geworden? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Einmal um die Welt. Das ist einmal um die Welt. Hat er auch schlimm? Aber wieso können die denn nur in einem fahrenden Zug überleben? Wieso kann der nicht stehen bleiben? Das hat mich auch damals gestellt bei dem Film. Wenn du es vereist und dann bleibst du stecken und wegen der Bewegungsenergie wird es warm. Ja, okay, aber dann kann ich doch statt den Zug in der Bewegungsenergie zu halten, die Energie nutzen, um ihn zu heißen. Nein, Bram. Der Kessel muss immer warm sein. Das hat mich schon damals gestellt. Deswegen habe ich den Film abgebaut, weil die Prämisse mir nicht gefallen hat. Ah, verstehe ich. So, ich habe eingeloggt. Ein halber Tage, ne? Ja. Alle haben eingeloggt. Peter sagt in 36 Tagen. Bram sagt in 365 Tagen. Jay sagt in 366 Tagen. Toll. Hä, wenn du im Heißluftballon 80 Tage brauchst, dann muss da der wohl mit dem Spieler gehen. Nee, da ist alles zugeeist. Ja, die müssen ja nicht ballern. Christian sagt 667 Tage. Und 1000 Waggons, da fährst du ja nicht 100, oder? Wirklich, 1000 Waggons brauchen 1000 Tage. Peter, du bist so dumm mit dieser Antwort, unfassbar. Die richtige Antwort, es sind 133 Tage. Peter, hast du wohl gewonnen den Punkt, ey. Ja, damit ist Peter am nächsten Tag noch nicht. Ist langsamer als der Heißluftballon, dann gib ich ja wohl nicht, ey. Ist das schön, ey. Reingeschissen. Richtig reingeschissen, ey. Frage 24, aktuell für Jay mit 59 Punkten. Ja. Christian und Bram, 43, beide. Wie viele Fragen habe ich eigentlich beantwortet? Du hast insgesamt 11 Fragen beantwortet, davon 8 falsch. Zählen die Schätzfragen eigentlich mit rein? Also 11 mal gedrückt, 8 mal, also wait, das ist nur, okay. Wenn ihr eine Schätzfrage richtig beantwortet, zählt das mit rein, wenn ihr es falsch beantwortet, nicht. Ja, okay, verstehe ich. Macht ja auch. Frage 24, my name is Earl. Okay. Earl, my name is Earl. Schönen guten Tag, ich heiße Christian. Ich bin Rapsöl. Ich dachte, du wärst Ali. Oh Gott. Ich meine, nachdem Earl seinen 100.000 Dollar Lottoschein verloren hat, beginnt er an Karma zu glauben und erstellt eine Liste. Was ist darauf aufgelistet? Peter. Alle Leute, zu denen er ein Arsch war. Schade. Nee, nicht von... War ein Guess. Nee, nee. Es geht schon sehr in die richtige Richtung, aber... Okay, alle Leute, die er betrogen hat. Nee. Ach schade. Wenn ich jetzt wirklich wieder anfangen zu... Ach komm. Alle Leute, denen er eine Freude machen will. Das ist ähnlich nah dran, wie das, was Peter gemeint hat, aber es ist konkreter. Okay, Peter, wir müssen uns jetzt connecten und... Freude und betrogen. ...reionieren zu einer richtigen Antwort. Alle, die er umgebracht hat, lol. Ja, aber das war ja schon... Das, wo du gekriegt hast, ist schon nah dran, war ja eher positiv. Ja, wie eine Komödie, die Serie. Es sind nicht unbedingt die Namen der Leute, sondern... ...die Frauen. Was? Peter? Gruppierungen? Nein. Biss. Alle Häuser, wenn du dir angepisst hast. Der hat die evangelischen Kasten beleidigt oder so und hat das aufgeschrieben. Also er hat jetzt nicht die Namen alle aufgeschrieben und gesagt, so da, Christian. Der hat die Adressen aufgeschrieben. Nein. Mist. Die bösen Taten, die er begangen hat. Ja, richtig. Ja. Und die er dann wieder gut machen will. Es geht nicht unbedingt um den Namen der Leute. Das war ja voll weit weg. Naja, also es geht, glaube ich, nicht unbedingt darum, den Leuten wieder was Gutes zu tun, sondern die Taten einfach wieder gut zu machen generell. Der hat vorher im Lotto gewonnen. Ja, aber dann verloren hat. Ach so. Also den Lottoschein verloren hat. Also er hat gewonnen, aber den Lottoschein verloren. Nicht so wie Chico. Der hat ja 10 Millionen gewonnen. So gut ausgegeben. Na, falsch. Frage 25. Wir gehen zu Better Call Saul. Oh, okay. Da kann ich wieder was machen. Wie lautet der eigentliche Name von Saul Goodman? Nein. Ähm. Stimmt das? Rahmen. Ist der nicht Jimmy? Der hieß Jimmy. Nachnamen? Ja. Nachnamen. Ist sehr wichtig. Was ist heute los mit dir, Jay, Alter? Äh, äh. Ich hab nicht schon. Ich hab nicht schon richtig. Ich hab den Schauspieler. Aber der ist doch wichtig, der Nachname. Vielleicht wird er aber nicht gefragt worden. Doch, Nachname will ich hören. Ja, weiß ich nicht. Ähm. Jimmy James. Nein. Nein, Jimmy James. Jimmy McGill. McGill. James Jimmy McGill. Das ist echt krass, dass man so viele Folgen davon gesehen hat. Ich hab den Schauspieler von dem Bruder, der hier, ne, Aluhutmann, den hab ich letztens gesehen, und hab mich gefragt, wie der in der Serie hieß. Und dann kommst du da nicht mehr drauf und denkst dir, Junge, ich hab mir da irgendwie sechs, sieben Staffeln von angeguckt und das ist komplett weg. Stimmt. Ja. Wichtig ist, was passiert und nicht, wie die heißen. Genau. Ich wusste auch nur, Jimmy McGill wird ja auch zum Beispiel mehr als einmal erwähnt. Ja, trotzdem. Ja, deswegen hab ich es verteidigt. Ich finde, Namen kann ich mir auch nie merken. Ich kann mir drei Stunden einen Film angucken und weiß nicht, wie der Hauptaktivverstelle die Rolle ist. Weil es auch egal ist. Warum sollte man sich das merken? Namen sind irrelevant. Wichtig ist die Story. Sterben tun eh alle, aber die Taten bleiben ja heiß. Ja, also. Oh Gott. Wenn ich jetzt Jon Snow zu Eris Targaryen sage, wäre auch doof. Wenn ich drüber unterhalten will, dann sagst du ja schon irgendwie nicht immer. Ja, die Drachen-Uschi und der Dutler von Wintergarten. Wintergarten vor allem, ey. Ja, also, ich hab gestern noch gelesen. Ich hab gestern noch mal gelesen, George R. Martin hat hier eine Schreibblockade. Der hat irgendwie schon tausend Seiten von dem letzten Buch geschrieben. Aber irgendwie kommt er da noch nicht vor. Der ist halt einfach irgendwann alt und sinnvoll. Vielleicht sind das genau die Inspirationen, die er braucht. Also, macht doch am Ende mal Drachen-Uschi drauf. Wir gehen erst mal zu Frage 26 und jetzt, das bricht jetzt ein bisschen aus dem Modus hier raus, denn es geht ja nicht um eine konkrete Serie. Ich geb die euch zumindest nicht vor, sondern sie ist gesucht. Und zwar, welches ist denn die längste Fernsehserie der Welt nach... Christian. Sorry, jetzt hab ich zu viel geredet. Nee, du hast doch Christian gesagt, ist alles gut. Ich sag mal die Simpsons. Das ist falsch. Nach Folgen. Nicht nach Staffel, nach Folgen. Das hat am meisten Folgen ever. Oh shit. Ja. Gibt's gute Zeiten, schlechte Zeiten auf Englisch? Der Welt. Hatten wir tatsächlich mal. Der Welt, ja. Wir hatten mal die Serien sogar verglichen. Nach Folgen, nicht nach Dauer. Das ist bestimmt eine Bollywood-Faffel, also so eine Bollywood-Serie. Nee, nee, nee. Oder so eine Kinder- und Wähler. Das ist eine amerikanische Serie. Es ist eine Serie mit über 20.000 Folgen. Ja, genau. Oh, eine Kinderserie, wo die Folge immer nur fünf Minuten geht. Gina Wild 1 bis 20.000. Sesamstraße. Nein. Das ist keine Serie, oder? Monday Night Raw. Aber schon in eine sehr gute Richtung, selbstverständlich. Oh. Kinder-Serie? Oh, die Maus. Läuft seit 1959 im Fernsehen. Habt ihr alle schon mal gesehen. Aber... Das Sandmännchen. Ja. Boah, krass. Das hatten wir nämlich schon mal, ja. Ja, dann hab ich an was anderes gedacht. Hätte niemals an sowas gedacht. Krass. Weltweit, ihr denkst du, sind dauernd krass. Das DDR-Sandmännchen oder das Westdeutschland-Sandmännchen? Wahrscheinlich zusammen. Wahrscheinlich DDR. Bitte? Ich sag, das sind wahrscheinlich... Da wir das beim letzten Mal auch hatten, kommen jetzt wahrscheinlich auch genau wieder die gleichen Fragen auf. Ja. Das kann sein, ja. Aber das DDR-Sandmännchen ist ja das, was sich durchgesetzt hat, auch nach der Wende. Also von daher dann wahrscheinlich das. Frage 27, Once Upon a Time. Ja, hab ich gesehen. Wie ist der Name der Tochter von Snow White und Prince Charming? Scheiße, das weiß ich nicht. Hä? Das klingt nach Schreck. Ja. Oder Disney. Aber hier, diese Serie von... Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Die war sehr weird, die Serie. Also Once Upon a Time kenne ich halt Once Upon a Time in the West. Nee, nee, das ist Once Upon a Time, das ist wirklich... Das sind alle Märchenfiguren in der echten Welt. Die erste Staffel war witzig. Ist das ein Live-Action, oder ist das... Ja, Live-Action. Ja, Live-Action. Eieieiei. Die ist auch nicht so unfassbar gut. Vier, drei, zwei, eins. Und ich schließe es. Emma. Ich bin zu weit. Achso. Nice. Ja, einfach Emma. Frage 28. Jetzt müssen Christian M. Warum? Ich hab die Serie noch nie gehört. Frage 28. Downtown Abbey. Ach, du Scheiße. Bei welcher weltbekannten Katastrophe im Jahre 1912 stirbt Patrick... Christian. 1912 ist ja die Titanic gesunken, deswegen sag ich da... Richtig. Nice. Nice. Ich hab die Serie noch nie gesehen. Not bad. Hey. Sehr gut. Frage 29. Dexter. Hatten wir ja schon mal. Ja. Hat Peter gesehen. Ja, hab ich auch gesehen. Das müsst ihr ja wissen, ne? Ja. Nachdem Leichenteile von Opfern ein paar Meilen entfernt von der Küste der Bay Harbor Inseln gefunden werden, wird der unbekannte Mörder wie genannt? Dexter. Scheiße, ich kenn nur einen Mörder und der gibt keinen Sinn. Esel. Was? Schreck. Peter. Trinity. Nein. Den kannte ich. Das war der einzige Mörder, den ich kannte. Das sind ja immer die Gegenspieler von ihm, ne? Der ist doch aus Matrix. Muss der Beachmörder sein. Ja. Leichenteile ein paar Meilen entfernt von der Küste der Bay Harbor Inseln. Okay, Bay Harbor Mörder. Ja, ja, pass auf. Bay Harbor Insel Mörder. Wir machen jetzt, wie Sherlock das macht. Wir müssen jetzt so Linien. Also Bay Harbor. Harbor. Harbor heißt der Schauspieler, der den Sheriff spielt in Stranger Things. Also es ist Alan Harper. Nee, nee. Nicht Harper. Bay Harbor Killer. Nicht Bay Harbor Killer. Oh, Mörder. Bay Harbor Murder. Leichenteile. Oh. Bay Harbor Slasher. Nicht Slasher. Bay Harbor Slayer. Nee. Bay Harbor Slaughter. Nee, Slaughter ist ja, glaube ich, die Schlachtung. Ja. Ja, deswegen dachte ich, wegen zu stückeln. Scheiße. Bay Harbor Butcher. Ja, sehr gut. Scheiße, das ist ja noch ein Ahronat. Der Metzger. Sehr gut. Frage 30. Psyk. Okay. Kennt niemand. Der heißt Psyk. Welche Frucht taucht in vielen Folgen der Serie auf? Mango. Nein. Auf und ist oftmals irgendwo im Hintergrund versteckt. Okay. Das ist nämlich eine Anspielung auf der Pate, deswegen sage ich Orange. Das ist gut. Schade. Da war der Orange immer im Hintergrund. Bram. Da stimmt immer einer. Ja, stimmt. Scheiße. Dann nicht nach Apfel. Nein. Welchen Fränen gibt's denn noch? Also ihr seid ja im Swinger-Bereich auch aktiv. Das müsstet ihr eigentlich... Scheiße. Ja, sehr gut. Ja, mach mir so einen Tipp, ey. Da hältst du auch einfach die Antwort sagen können. Ja, das ist echt so. Was hieß das denn nochmal bei Swingers? Das hab ich schon wieder vergessen. Das musst du mir erklären. Dass man, also wenn man eine Ananas trägt... Achso, Bram kann das, ja. Ja, dass man Swinger ist. Also dass man Swinger nicht aktiv trägt, aber man... Wie trage ich denn eine Ananas? Du solltest nicht, du solltest zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, mal eine Kreuzfahrt machst oder in, weiß ich nicht, in einem Hotelkomplex wohnst oder sowas, solltest du nicht eine Badehose tragen mit so ganz vielen Ananassen drauf. Scheiße, ich hab Boxershorts mit Ananas drauf. Ja, du wirst ja nicht mit der Boxershorts rumlaufen, aber wenn du halt sowas hast, dann wirst du theoretisch, wirst du da eventuell angesprochen. Ja, dann wirst du halt... Okay. Ja, aber bei der Boxershorts-Serie nicht, da sind schon so Pins oder so Geschichten. Da sind ganz viele Ananas drauf auf der Boxershorts. Das ist einfach so eine... Du willst also sehr gerne swingen. Je mehr Ananas, desto mehr... Es geht ja auch, was man sieht, während man angezogen ist. Ja, aber die kann ja so rauslucken, so keck bei Sepp, weißt du hin. Die Ananas. Aber da brauchst du auch keine Ananas mehr zeigen, wenn du so keck deine Boxershorts zeigst. Wir gehen zur Frage 31, The Mandalorian. Wie lautet der Richter? Oh nein, jetzt kommt wieder der Name. Gru. Nein. Gru, nee, Gru ist doch auch Sia. Ich, einfach und verwässer nicht. Der will bestimmt den Namen von Mandalorian haben. Das Hauptcharakter ist Mando. Wie heißt der richtig? Ja, das ist ja auch schon divers. Oh, der hieß, scheiße, wie so ein Getränk, was ich nicht mag. Mando. Ich muss mal ein bisschen Jindaru oder so. Ja, genau. Du musst mal ein bisschen nuscheln, ne? Jey hat doch nicht gehört, Christian, das ist richtig. Das ist ja wohl, also, nee. Das ist richtig. Es ist nicht richtig, das ist aber sehr nah dran. Jindamahal. Oh ja. Keine Ahnung. Kinder, die Jinder. Die sagen immer Mando, Mando. So, B-Land. Mando, Mando. Da kannst du einen Song draus machen. Mando, Mando, Mando. Fünf. Oh, Mando. Oh Gott, jetzt habe ich nach drei wieder vier gesagt. Jindarin? Was hast du gesagt, Christian? Jindarin. Ach komm, das lasse ich zu gelten. Ja, wirklich. Es ist DIN JARIN. Oh mein Gott. Kein B, sondern ein D vorne. Gelben, wir haben nicht alles so Hawking weg. Das ist ein Buchstabe falsch. Und er vertauscht halt die Buchstaben. Das ist übelst nicht die Linie. Ich bin da verliebt, wie der das gelten lässt. Seit dem ist er vorhin. Das ist halt in so einer engen Dingens echt scheiße. Wie in so einer engen Dingens? Das ist schon eng. Wir sind bei Frage 31. Frage 32, da wären wir noch vieles. Jarin, ja genau. Das ist schon okay. Frage 32. Wir gehen zur Serie Lost. Ja. Wie nennen die abgestürzten Passagiere die Gruppierung von Menschen? J. Die anderen. Ja, die anderen. Aber wie angepisst der jetzt ist. Ja, das ist halt blöd. Alter, du bist hier ja schlimmer als im Fußball unterwegs. Ja, darum geht es doch auch hier. Es geht ja erstmal um den Spaß der Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, der hat ja doch dann. Wir gehen zur Serie Brooklyn Nine-Nine. Ja, das weiß ich. Jetzt ist jeder. Oder ist das mit den Two Girls, ne? Das sind auch sehr viele Dinge gewesen, wo ich drüber gelacht habe. Und die dann leider wieder verschwunden sind. Also, wie wird der Autodieb DuckJu... Scheiße. DuckJu, die wollte ich sagen. Falsch. Der Pontiac Bandit. Ja. Das ist richtig. So heißt der. Genau. Frage 34. Full House. Oh, das ist das mit den Zwillingen. Das ist das mit... Warum ziehen Jessie und Joey bei den Tanners ein? Pfff. Tanners? Weil die Eltern verstorben sind. Sind Jessie und Joey die Zwillinge? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Nee, Jessie und Joey hört sich sehr männlich an. Das sind doch die älsten Zwillinge. Ach so, das sind die beiden Mädchen. Sag das doch mal. Sepp, was hast du gesagt? Weil die Eltern verstorben sind? Ja. Ja. Also genau das habe ich halt gesagt. Das ist falsch. Sind aber Jessie und Joey sind doch die Onkel. Also der... Oder? Der Dunkelhaarige und der mit der Vokuhila ganz am Anfang. Christian? Ist ja, weil die pleite sind. Oh, das ist gut. Hab die Serie auch gesehen, aber ich kann mich da nicht... Super nah dran sein. Ich wollte gerade sagen... Also ihr seid beide... Also ja... Ach so, beide? Es geht schon gut in die richtige Richtung. Eigentlich, aber... Tod und Pleite ist ziemlich weit auseinander. Äh, also... Ja, wenn du dir nichts mehr zu essen kaufen kannst, kommt der irgendwann auch... Weil die Tod und Pleite sind. Tod und Geld hat auf jeden Fall was... Also... Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, Tod und Geld ist schon mal gut. Oh, wie hat Orvis euch denn... Ich hätte dann Baiten... Und Dark Baiten. Christian? Pass auf, ganz einfach. Weil die Tenors, die wohnen da nur zur Miete. Und da ist jemand gestorben, dem das Haus gehörte. Und der hat das vermacht an Jesse und Joey. Oh. Nee. Also weil das jetzt deren Haus ist. Und die, die da einfach nicht rausschmeißen wollen. Brammen? Pass auf, bei den Tenors ist aber jemand verstorben, ja. Und weil das jetzt nur noch quasi alleinerziehend ist, braucht... Wer auch immer übrig ist von den Tenors, finanzielle Unterstützung. Und deswegen sind Jesse und Joey da eingezogen, um dann mit zu payen und dürfen dann dafür da auch da wohnen. Das lasse ich so gelten. Die Frau von Danny Tanner ist gestorben. Und da braucht er dann eben Unterstützung mit seinen Kindern. Finanziell und wahrscheinlich auch vor Ort irgendwie. Geil. Pempern. Ja. Pempern? Ja, Pempern. Was ist denn Pempern? Ja, Pempern machen, Jonathan. Relevanter Unterschied zu Pempern. Da musste ich gerade dran denken. Was ist denn Pempern? Ne, was ist Pempern? Ich kenn Pempern nicht. Ja, vom Pempern kommt das. Also so, ja, helfen. Pempern. Ja, zum Beispiel, aber auch. Pempern ist auch nicht, wenn man jemanden Pempern hat. Also wenn man jemanden den Arsch nachträgt. Ne. Ne. Oh, Fick. Interessant. Habt ihr wieder was gelernt heute, was ihr euch nicht merkt? Pempern, ey, okay. Arschlachtragen, okay, okay. Wir gehen zu Haus des Geldes. Nennt die Decknamen der ursprünglichen Balle-Mitglieder zu Beginn von Staffel 1. Ihr könnt mehrmals buzzern, wo buzzern eine Antwort. Dann gehe ich mit Tokio. Ja. Oh, fuck. Jetzt, ach, scheiße. Du hast die Frage weitergemacht, nice. Jetzt bin ich zunächst Frage gegangen. Das ist auf jeden Fall richtig. Berlin. Dann guck ich das mal gerade nach. Das ist auch richtig. Los Angeles? Das muss ich gerade nachgucken, warte kurz. Ich hab's nicht gesehen, aber ich meine, so was mal gesehen zu haben. Ne, ich glaub Los Angeles ist es nicht. So. Weiß, da hat er nur die Städte-Wand. Wir brauchen einfach so richtig lange Namen von den Städten. Also Berlin habt ihr gesagt, was hast du, Los Angeles? Ja. Das ist falsch. Gibt's nicht Paris? Äh, nein. Das ist da Bonn? Später. Nein. Scheiße, das ist alles später. Madrid? Äh, nein. Ich glaub spanische Namen, kamen die da überhaupt vor, weil das spanische Serie ist? Nein. Bangkok bestimmt. Es gab ja schon Tokio. Ich weiß zumindest noch, dass es Stockholm gibt. Aber später. Warum drückst du da nicht? Weil die spielt auch in erster Staffel mit. Weil das ist nicht die, das ist die, die später dann Stockholm-Syndrom halt hat. Deswegen heißt sie Stockholm. Jetzt ist Staffel zwei erst. Berlin und Tokio habt ihr mir genannt. Vielleicht haben wir ein paar. Moment, alle Namen der Bande? Ja. London. Ich glaub, London ist gut. Hm, ist aber nicht dabei. Dann gehört der Professor dazu. Ja. What? Wir haben halt nicht nur Städtenamen. Der Professor, der gehört auch zur Bande. Aber ich sag jetzt 12, 5, 4. Rom. Nein. Schade. Gibt's Moskau? Ja, gibt es. Okay. Das war der starke. 2, 1. Und ich schließe die Frage. Der Professor Berlin, Tokio, Moskau habt ihr genannt. Rio, Denver, Helsinki, Nairobi und Oslo. Nairobi. Krass. Alter, da hättest du da für jeden fünf Punkte gegeben. Ja. Aber wenn du gut in der Serie gewesen wärst, ja, ich hab sie gesehen. Ja, ich hab sie auch gesehen. Jetzt gehen wir aber zu dieser Frage, die hier steht. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, schüss. Wie heißt der Agent, der im Film Marvel's The Avengers augenschließlich starb? Christian. Ach, scheiße. Du willst diesen Agenten, aber keine Ahnung. Nick Fury. Mulders, oder? Agent Coulson. Ja, Phil Coulson, um genau zu sein. Richtig. Der wird gestorben, äh, gestorben, der wird gestorben, der wird gestorben von Loki. Genau, Loki, ne, ja. Frage 37. Tote Mädchen lügen nicht. Ist keine Schätzfrage. Auf wie vielen Kassetten? Namen? Oh. Sieben. Ja. Jeden Tag eine, oder? Das steht hier nicht, aber Namen, Hannah, die Gründe für ihren Suizid auf sieben. Es gab nachher noch mehr. Es waren sieben. Vielleicht gab es eine zweite Staffel. Ja, in der zweiten Staffel meine ich ja. In der zweiten Staffel gab es noch mehr. Ja, okay. Auf einmal. Die war düster. Die war, die war crazy, die Staffel. Also, die Serie. Frage 38. Friends. Okay, das wissen wir. Mit welchem Spruch versucht Joey, die ganze Serie über Frauen anzubördern? Scheiße. How are you doing? Ja. Ja, oder Na, wie geht's denn so? Auf Deutsch, genau. Echt? Ja, im How are you doing haben die in Na, wie geht's denn so übersetzt? Auch mit der, auch, dass das Lippensynchron war. Wie schnell haben die den? Deswegen haben die ja so viele Wörter benutzt. Er hat so langsam geredet. Ja, vielleicht. Frage 39. Shadow and Bone. Was ist das denn? Was? Ja, die gehört, Alter. Ich kenne nur Bones, die Knochenjägerin. Ist das nicht der, wo ich doch irgendwann angekündigt wurde? Na, ist mir da. Frage. Welchem Beruf geht Alina Starkhoff nach? Oh. Ja, die ist natürlich, äh, hier, ähm, Reichen, äh, Ziererin. Na. Du hast dir selber gesagt, das ist Bones. Archäologin. Oh. Nein. Aber ist schon ganz gut. Bra. Ja. Pass auf, die macht mit ihren, äh, mit ihren Fingern, macht die Schattenlichtspiele. Nein. Shadow and Bones. Okay. Shadow and Bone. Shadow and Bone. Christian. Die ist Geologin. Auch gut, aber auch nicht das Konkrete. Baut Sonnenwolle mit Knochen. Ach, das Konkrete. Ja, keine Ahnung. Naja, also das ist schon, ist schon was anderes. Warum heißt das denn Knochen einfach? Doch, die mehr, die, die nur, also Bone. Also, ich muss kurz an die Tür, aber du kannst weiterlaufen lassen, Andi. Keine Ahnung, aber da bist du doch nicht. Gut, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und, Frage geschlossen, sie ist Kartografin. Ach so. Ja, ein Weg, aber auf jeden Fall. Und, das ist gar nicht so nah dran gewesen an den Berufen, die die beiden gesagt haben. Naja. Das ist einfach ein Beruf, den doch keine Sau kennt. Also, da kommt doch keiner rein. Kartografin. Also, es wäre nicht mein nächster Rat gewesen. Kartografiert eine Region. Das kann ja auch dann mit archäologischen Sachen zusammenhängen. Ja, safe. Aber, das ist ja Kartografie dann. Hart. Genau. So, warten wir kurz, bis Bram wieder da ist. Okay, Bram ist wieder da. Wir kommen zu Frage Nummer 40. Wir gehen zur Scrubs. Ja. Ah, schade. Was tauschte der Hausmeister gegen den ausgestopften Hunstie? Christian. Keine Ahnung, aber ich wollte den anderen nochmal ein bisschen mit dem Zeitpunkt gehen. Gib's mir! Deswegen sage ich ein Quarter. Das ist falsch. Selbst. Er hat natürlich eine ausgestopfte Katze. Nein. Bram. Seine Armee von Eichhörnchen. Armee von Eichhörnchen. Sehr gut. Das ist dieses Buzzer-System. Na, ich bin leider nicht durchgekommen. Frage 41. Dr. Who. Alter. Da, Jay. Let's go. Schwierig. Ja, habe ich aber auch vor Ewigkeiten gesehen und nicht alles. Nein, meine, hast du es gesehen? Die Serie konnte ich mir nicht angucken, weil ich habe panische Angst vor Eulen. Eulen? Oh, dann auch Harry Potter nix für dich. Sag dir mal einer. Für was steht die Abkürzung TARDIS? T-A-R-D-I-S. Ja. Entweder Deutsch oder Englisch können wir beides nennen. Das kenne ich doch woanders her. Ach, keine Ahnung. TARDINES. Alter, das sind ja mehr als drei Wörter. Das ist gar kein Plan. Das ist so möglich zu wissen. Das sind ja mehr als drei. Ich kann dir einen, um ein Wort kann ich dir nennen. Also, die deutsche Übersetzung ist wirklich extrem beschissen. Ah, nee, TARDIS. Das kenne ich woanders her. Aber ich sage mal fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich schließe es. Im Englischen heißt es Time and Relative Dimensions in Space. Und die deutsche Übersetzung davon ist TRIPS aufgrund relativer Dimensionen im Sternenzelt. Was? Die wollten die Abkürzung beibehalten. Ja, aber ist nicht so ganz aufgegangen. Aber gut. Frage 42. Lock and Key. Oh, die habe ich sogar gesehen. Die waren am Anfang ganz gut. Irgendwann war das das gleiche Problem wie bei Suits. Da haben die wieder nur Beziehungskram gemacht. Dann weißt du das vielleicht. Wie wird das Anwesen der Familie Lock genannt? Keine Ahnung. Das wollte ich auch sagen. Ich sage Key. Anwesen Key. Das ist richtig. Yeah. Alter. Das ist auch Bram. Das ist auch ein dummer Witz. Das gibt es nicht, ey. Manchmal wird das auch belohnt. Oh Mann. Das ist so dumm. Bram kommt hier an Jay so langsam aus sich heran. Dann wir gehen zu Frage 43. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und zur Serie Firefly. Der Aufbruch der Serenity. Alter. Let's go. Alter, das sind so Serien, ey. Holy shit. Firefly war doch, ist das nicht die Serie, die nur eine Staffel hatte, wo alle gesagt haben, das war so krass. Warum ist das eigentlich der zweite? Liebe sie. Warum gibt es eigentlich der zweite, obwohl die so krass war? Warum ist das eigentlich der zweite, obwohl die so krass war? Ja, weil die bei Fox scheiße ausgestrahlt wurde. Auch in falscher Reihenfolge und alles. Stark. Welche der 14 Folgen der Serie wurde in den USA als erste ausgestrahlt? Weil die 14 sind. Okay, wir haben jetzt 14 Folgen, die sind schon vorgegeben. Ich sag Folge 3. Nein. Peter. War das Folge 4? Nein. Scheiße, was war das denn? Folge 5. Nein. Wie kann man denn ernsthaft Folge X als erstes vor 1 ausstellen? Also Folge 2. Ja, das war Folge 2. Das ist ja so dumm. Also der Sender fand die Pilotfolge nicht action geladen und generell, äh, action geladen genug, generell wurde sie in einer ganz krassen Reihenfolge gesendet und zwar Folge 2, 3, 6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 14 und dann die erste als letztes. Was? Ja, dann weiß keiner, dass die erste gefehlt hat. Man könnte die, es gibt ja mehrere Reihenfolge, du kannst ja Star Wars zum Beispiel auch anders gucken, die haben da so einen Namen. Und bei Firefly heißt dann die Fox Reihenfolge einfach ballern. Aber und ist das ja wie bei, wie heißt das, Kat? Weißt du, wie ist die Serie nochmal, die man in jeder Reihenfolge gucken kann? Kat, die, irgendwas. Wie gab's noch aus? Kaleidoskop. Kaleidoskop. Kaleidoskop, die Kano. Nee, Kaleidoskop auf Netflix. Ist das so ein Prinzip gewesen bei Firefly? Nein, 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 die sind aufeinander aufbauen und das war absolut der Schwachsinn. Nein, nein, das ist, die machen 2, 3, 7. Schon stark. Ja, dann wurde sie auch tatsächlich dann abgesetzt und das heißt, Folgen 13 wurden dann erst ganz viel später gesendet und dann nochmal 11 und 12. Also, keine Ahnung, was. Also, haben sie alle gesendet? Die Fanbase hat dafür gesorgt, dass es noch einen Film gab. Okay, also, ja. Sehr interessant. Der war scheiße. Nee, der war auch geil. Serien generell, aber auch schwierig im Fernsehen zu verfolgen, wenn's halt aufeinander aufbaut. So Big Bang Theory, das ist scheißegal, ob du mal eine Folge siehst oder verpasst. Deswegen ist's halt ja heutzutage so, dass Leute so fliegenmäßig nix mehr behalten und wo du genug noch solche Serien bringen kannst, weil halt keiner mehr die Zeit hat, sich da jeden, also, weil sich halt niemand mehr jeden Abend da hinsetzt. Ja, weil du halt auf, weil's festgelegt ist, ne, wenn du halt, keine Ahnung, auf Netflix kann ich ja gucken, wann ich will, aber das ist halt super dumm. So Game of Thrones wird ja auch auf Airtel 2 ausgestrahlt, aber das ist halt voll kacke. Boah, stimmt, da stell dir vor, da kannst du Dienstagst nicht um 16 Uhr. Ja, richtig, so, du verpasst halt drei Folgen, so, ja, schade. Oh, warum ist der Tag plötzlich gekackt? Jon Snow ist gestorben, weil das passt nicht. Das ist halt super dumm. Das ist halt einfach eine Umgewöhnung. Früher hast du dir dann halt, hast du halt gesagt, ne, Dienstag kann ich nicht. Ja, stimmt. Du kannst das auf deinem Receiver aufnehmen, ja. Mittlerweile kannst du es ja auch viel aufnehmen, das stimmt. Ja. Wir kommen zu Frage 44, weiterhin für Jay, und wir gehen zur Serie Hannibal. Ja, wir haben's ja gleich geschafft. Hannibal, von welchem Schauspieler wird Dr. Hannibal oder Hannibal Lecter verkörpert? Den kenn ich nicht. Mats Mikkelsen. Ja, stimmt, Mats Mikkelsen war das. What? Krass, okay. Wollte ich noch gucken. Geile Sache. Frage 45. Unter welchem Decknamen ist Barry Allen bekannt? Brammen. Das ist der Flash. Ja, deswegen hab ich euch die Serie jetzt nicht dazu genannt. Oh, versteh ich gar nicht, Mats. Frage 46. Alice in Borderland. Boah. Alter, ich kenn gar keine Serie mehr dazu. Schade. Wenn Brammen die jetzt richtig beantwortet ist. Ja, ist okay. Ist vollkommen okay. Die war nicht ganz so gut wie das andere, was da vorgekommen ist, wo die ganze Menschheit irgendwie ausgeflippt ist. Geht's da um das, nee, nicht um Borderline. Nee, nee, nee. Wie hieß da nochmal die Serie mit der Game Show? Wie hieß da, wo die alle umgebracht worden sind? Squid Game Show. Squid Game, genau. Squid Game, fast. Da ist jetzt eine neue von raus, oder? Das ist jetzt auch keine, das ist jetzt keine Serie, wo es um Spielshows geht, sondern, aber es geht in die ähnliche Richtung. Squid Game kann auch gar nicht mehr auf der gleichen Staffelstufe sein. Nee, das ist jetzt eine Spielshow. Also, sie haben normale Leute da eingeladen, mehr oder weniger, und das dann, aber ohne umbringen. Ohne umbringen? Langweilig. Also, Alice in Borderland. Was stellen Arizu und seine Freunde fest, als sie von der Toilette zurückkommen und die große... Dammit. Dass sie, äh, in einer anderen Welt sind? Nee. Christian? Dass sie alleine quasi in Tokio sind, alle sind weg. Genau, alle Menschen sind verschwunden. Das ist es. Frage 47. So, jetzt Endspurt, ne? New Girl. Alter, was? Wie lautet... Wie lautet der Nachname von Jess? The Girl. Big Man. Dann. Girl. Nein. Schade. Ey, äh, appreciate it, Braben, wenn du das holst, ey. Boah, das wär gut. Oh, oh, hier. Ja. Day. Warte? Ach, Quatsch, äh, nicht Day. New. Doch, Day. Ja, richtig, Day. Was? Ja. Was ist denn jetzt? Ja, ich hab die gesehen. Die Pilotfolge, die Pilotfolge hat ja auch einen ganz anderen Cast, als dann, äh, der Rest, das passierte ja öfter so. Ich hab vergessen, wie der andere hieß, der... ...dunkelhäutige Schauspieler ist ausgetauscht worden. Ey, Bram, das hast du hier verdient. Ja, also jetzt hier, ne? Ein Punkt vor Jay. Ich hinterfrage das einfach nicht. Das ist stark. Frage 48. Und du musst pissen. Wenn dir die Punkte haben. Modern Family. Wer oder was aus Modern Family ist Fizbo oder Fitzbo? Chris. Ich werde meine Antwort nicht wechseln. Ich möchte einfach nur, dass Sebastian noch ein bisschen auf seinem Stuhl hin und her zacken muss. Wie arschig, ey. Ich bin aber trotzdem beim Hund. Nein. Das ist der Clown. Der verballert, der verkleidet sich beim Clown. Ja, der verkleidet sich ja immer als Clown. Oh, damit geht der Sieg hier an, Jack. Was? Noch nicht. Noch zwei Fragen. Jay jetzt wieder in Führung. Christian, ein Punkt vor Peter. Peter, ich war schon fast aufgestanden. Hallo, ich hab Peter gerade auf 100 Punkte gehoben, ja. Also, vorletzte Frage. Fear the Walking Dead. Was ist das denn? Ja, dankeschön. Dann kann ich mich zurücklehnen. Die Geschichte beginnt einige Wochen vor der Haupthandlung, als die Welt noch intakt war und dreht sich zu Beginn um eine Familie, die wie heißt? Keine Ahnung. Wie heißt nicht vier, Bram? Gibt's da nicht sogar mittlerweile irgendwie drei Serien oder so? Keine Ahnung. Die treffen sich doch, glaube ich, irgendwann. Das meine ich. Wie heißt denn Daryls Familie mit Nachnamen? Dixon. Kann ich dir nicht mal sagen. Daryl. Daryl Dixon. Familie Dixon. Nein. Nein. Was ne Detail-Frage. Vier. Ich hätte dir sagen können, die sind am Anfang auf dem Boot. Drei. Zwo. Eins. Und ich schließe die Frage Clark. Familie Clark. Cool. Die letzte Frage. Und Bram kann noch gleichziehen mit Jay. Aus eigener Kraft. Frage 50. Wenn dir, Bram. Und die Serie heißt The Big Bang Theory. Nice. Die kenne ich schon mindestens. Das ist doch. Was? Das ist falsch. Was ist das denn mit der Big Bang Theory? Ja, hast du nicht gesehen, leider. Die bauen auch mal die Zeitmaschine aus der Time Machine. Das ist die erste Folge. Da bauen die eine Zeitmaschine. Also, letzte Frage. The Big Bang Theory. Die Protagonisten besuchen regelmäßig den Laden von Stuart Bloom. Oh, stimmt. Wacht. Das ist doch ein Comic-Laden. Was für eine Art Laden führt er einen Comic-Buchladen. Das ist richtig. Nice. Das ist GZ, Bram. Bis später. Damit gewinnt Jay diese Ausgabe. 127 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, Jay. Hätte ich nicht gedacht, aber da waren dann 10 Fragen, die ich wahrscheinlich beantworten konnte. Ja, eine Frage entfernt von Bram. Christian 108, Peter 102, Sepp 74. Vielen Dank an Lucy fürs Vorbewerden. Wie viele richtige hatte ich? 10 und 5 falsche. Nur Bram hat mit 12 mehr Fragen richtig beantwortet. Wie viele falsch hatte ich? 20. Also, interessant. Bram 20, Chris 19, Peter 20, Sepp 18 und Jay hat 5 Fragen falsch beantwortet. Ja, weil, ey, das ist aber auch gar nicht. Ich rate da halt nicht rein, wenn ich halt null Ahnung habe. Das macht halt gar keinen Sinn. Ja, das verstehe ich. Aber die Taktik ist aufgehangen. Du hast gewonnen. Ja, vielen Dank an Lucy fürs Vorbewerden. Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich bin Sarin.